Eifert Bauunternehmung GmbH & Co. KG – Ihr verlässlicher Partner in den Bereichen Hoch- und Tiefbau im Vogelsbergkreis. Die Eifert Bauunternehmung realisiert individuelle Rohbauten und berät sie vom Beginn ihres Projektes an bis zum letzten Handgriff. Ob große oder kleine Bauten, bei Eifert bekommen Sie alles aus einer Hand. Gemeinsam mit regionalen Zulieferern und externen Architekten ist Eifert ein eingespieltes Team. Mit jahrelanger Erfahrung und einem Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist das Bauunternehmen zu einem wichtigen Bestandteil in der Region geworden. Als Spezialist für landwirtschaftliche Bauten ist Eifert der perfekte Ansprechpartner für moderne Gebäude, die exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Auch im Gewerbe- und Privatbau ist das Bauunternehmen mit Kompetenz und Erfahrung für Sie da. Eifert Bauunternehmung GmbH & Co. KG – Hochwertige Qualität im Rohbau. Eifert Bauunternehmung Eifer Untertitelung des ZDF, 2020